Please hold for a very important message. Ich sitze heute hier in Hamburg zu Hause. Heute ist Sonntag, aber wenn du dieses Video siehst, ist schon Montag und zwar nicht der Montagmorgen, sondern der Montag in einer Woche und ich fliege heute zurück aus Urgada nach Hamburg. Heute ist nämlich der letzte Tag meines Urlaubs. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video und freue mich morgen schon wieder, also am Dienstag, zurück in Hamburg Bachelor in Paradise für dich zu drehen. Erste Frage, die heute hier beantwortet wird. Erfahrung mit Hyaluronbehandlung. Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe mir aus irgendeinem Grund vor ein paar Jahren mal die Lippen aufspritzen lassen. Leider mit einem zu harten Produkt. Ein Produkt, was man eher im Wangenbereich, Kinnbereich, Jordanbereich benutzt und ich habe es mir in die Lippen spritzen lassen. Ganze zweieinhalb Milliliter, was einfach viel zu viel war und ich sah aus wie eine Ente. In diesem Video habe ich euch mitgenommen und euch gezeigt, wie ich mir die Scheiße wieder entfernen lasse. Deswegen einfach Hyaluron mit Vorsicht genießen und wen ich euch empfehlen kann, ist Dogboom, weil die bekannt sind für natürliche Ergebnisse. Wie geht es deinem Knie? Kannst du bald wieder arbeiten? Du gehörst eh ins Fernsehen. Das freut mich. Beim Knie geht es immer besser. Ich kann es leider nur zu 100 oder bis zu 110 Grad beugen. Das ist halt noch nicht das, was es früher mal war. Und wenn ich ohne diesen komischen Kompressionsstrumpf laufe, pocht es überall und es ist noch taub und es dauert noch ein bisschen. Kannst du bald wieder arbeiten? Ich arbeite. Ich arbeite von Montag bis Freitag hier auf YouTube und das mit dem Fernsehen gefällt mir. Also wenn da irgendwie was sich ergeben sollte, vielleicht so eine Roasting-Show wäre natürlich schön. Was für ein Stärzeichen bist du? Ich bin Löwe. Warum? Triffst du dich auch mit deinen Zuschauern? Also bislang habe ich mich noch nicht mit Zuschauern getroffen. Obwohl doch, habe ich tatsächlich. Wir hatten vor einem Monat ungefähr ein Treffen mit zwei Freunden von mir. Mein damaliger Freund Plus war einer dieser Freunde und ein ganz, ganz süßes Paar. Und ja, wir waren Cocktails trinken und das war wunderschön. Was ist dein Lieblingsessen? Ungesunde Sachen. Also Pizza liebe ich und Pasta-Gerichte mit ganz viel Käse liebe ich. Machst du YouTube mittlerweile beruflich? Ich kann an der Stelle sagen, ja. Ich bin noch krankgeschrieben. Ich habe ja oder verkaufe dreimal die Woche Klamotten eigentlich. Bin aber wegen meines Unfalls krankgeschrieben und habe bis heute, das Ganze ist vier Monate her, noch keinen einzigen Cent Krankengeld bekommen. Aber ich finanziere mir mein Leben mit den Einnahmen von YouTube und fühle mich demnach gerade wie ein beruflicher Vollzeit-YouTuber. Würdest du, sollte der Sender anfragen zu Prince Charming als Prinz gehen? Also das ist wirklich sehr, sehr weit gegriffen. Ich glaube nicht, dass die mich anfragen würden, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte auf diese Rolle Bock. Traumreise-Ziel. Ich bin so ein richtiger Inseltyp, deswegen Mauritius wäre jetzt schon eine geile Destination. Was kann er anderen Kindern mit auf den Weg geben, die sich zu Hause outen wollen? Also mit er meint es wahrscheinlich mich. Ich würde sagen, ihr müsst natürlich die Lage genau abchecken. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, einfach raus damit, weil beispielsweise ihr befindet euch in einer türkischen Familie und eure Familie ist in der Lage, euch wehzutun oder euch dafür zu bestrafen oder auszustoßen. Und ihr habt noch kein eigenes Geld und könnt euer Leben nicht alleine bestreiten. Dann müsst ihr das irgendwie selber abwägen, ob es gerade möglich ist. Aber ansonsten würde ich sagen, einfach raus damit, wenn die Gegebenheiten passen. Ich selber habe mich ja erst mit 27 geoutet und meine Eltern hätten mich jetzt nicht umgebracht oder mir wehgetan oder mich ausgestoßen, aber ich hatte einfach Angst. Und als ich dann mit 27 geoutet war, war das so ein krasses Freiheitsgefühl. Warum beginnst du immer mit neuen Formaten, wenn die alten noch nicht fertig sind? Ich bin ja ins Schleudern gekommen, dadurch, dass ich im Krankenhaus war und auch nach dem Krankenhaus. Ich war zweieinhalb Wochen im Krankenhaus und auch danach habe ich mich noch nicht gleich in der Lage gefühlt, Videos aufzunehmen. Und zu dem Zeitpunkt gab es einfach voll viele Formate. Es gab Bachelorette, es gab I The One, es gab noch Princess Charming und ich bin einfach voll ins Schleudern gekommen. Und dann kam ja auch irgendwann, als ich schon wieder angefangen habe zu drehen, Love Island raus, was ja täglich eine Folge gab. Und jetzt zum Beispiel auch Sommerhaus der Stars war ein bisschen schwierig, weil ich dachte erst mal, das käme nur einmal die Woche. Aber dann gab es irgendwie drei Folgen die Woche. Und so bin ich eben ins Schleudern gekommen, aber ich kann es mir nicht nehmen. Ich kann es einfach nicht übers Herz bringen, ein neues Format gar nicht erst anzufangen. Ich möchte auf YouTube auch wachsen und wenn ein neues Format kommt, dann wird das natürlich auch von Zuschauern gesucht. Und dann möchte ich dazu auch meine Reviews machen. Und dann denke ich mir immer so, okay, wenn du bei Formaten eh schon in Schleudern gekommen bist, dann holst du die halt irgendwann nach. So, das ist meine Idee. Es tut mir leid. Ich bin aber jedem Zuschauer, jedem Schnuffelhasen dankbar, wenn er, sie sich die Reviews verspätet auch noch anguckt. Also ich werde auch noch die Bachelorette zu Ende bringen und ich werde auch noch Love Island zu Ende bringen. Was ist dein Lieblingsbuch oder Schriftsteller? Also ich bin überhaupt nicht der Lesetyp, aber momentan lese ich ein Buch und das finde ich sehr, sehr toll. Viele Menschen in meiner Umgebung lesen das auch. Stephanie Stahl, mein Lieblingsbuch ist tatsächlich auch das Buch, was ich gerade lese, weil es mir derbe viel bringt. Und es ist Das innere Kind in dir muss Frieden finden. Ich glaube, der Titel heißt so. Wie bist du darauf gekommen, TrashTV selber zu kommentieren? Liebs und dann ein Herz. Das war ganz komisch und zwar, ich habe die erste Staffel Prince Charming geguckt mit einer Freundin und wir haben uns jede Woche hier getroffen, haben das geguckt, haben Pizza bestellt und hatten einfach riesigen Redebedarf. Ein Jahr später, als die zweite Staffel kam, erste Folge war glaube ich schon draußen, habe ich auf YouTube einfach mal Prince Charming eingegeben und habe gesehen, dass es Reaction Videos gibt. Und da erst habe ich entdeckt, dass es welche gibt und ich dachte mir nur so, okay gut, du fängst sofort damit an. Ich wusste gar nicht, dass man das kann, dass man das machen kann und so fing alles an mit Prince Charming. Drei, vier Folgen habe ich alleine gemacht, das kam sehr gut an und dann habe ich irgendwann Hollywood Tramp bzw. Barry mit dazu genommen. Wir haben die Staffel zusammen kommentiert, hatten den Spaß unseres Lebens und dann habe ich auch alle anderen Formate einfach gemacht. Also es kam eher durch Zufall mit Prince Charming und bevor ich damit angefangen habe, habe ich sechs Monate lang einen sogenannten Homo Channel ins Leben gerufen. Das war mein Channel, also der jetzige und der sollte eigentlich nur darum gehen, meine Datingerfahrung, meine Sexerfahrung und die Videos sind auch alle noch drin. Nur dann, irgendwann habe ich gemerkt, okay gut, Reaction Videos sind so richtig deins und da kannst du auch immer wieder mal eine Story von dir selber mit einbringen. Wie war deine Schulzeit? Es gibt ein Video hierzu, das seht ihr hier. Meine Schulzeit war nicht so geil, ich wurde gemobbt und habe selber auch gemobbt. Also es war so ein, war das jetzt ein schlechtes Kapitel? Also es hat mich natürlich zu dem gemacht, wer ich bin. Es war aber durchaus schwierig irgendwie. Schönstes Drunk-Erlebnis? Schönstes Drunk-Erlebnis? Also ich könnte gar nicht ein einziges festmachen. Es gab wirklich sehr, sehr viele. Ich mache mir immer wieder Sorgen um meine Nieren, um meine Leber und um meinen Körper und habe immer am Tag nach dem Saufen ein schlechtes Gewissen. Aber meine beste Freundin und ich haben mal darüber geredet, als wir über meinen besten Freund geredet haben, der noch nie in seinem Leben einen Schluck Alkohol getrunken hat. Und sie und ich meinten, egal was es mit unserer Gesundheit macht, wir möchten keinen Abend missen, an dem wir einfach völlig blau waren und den Spaß unseres Lebens hatten. Warum bist du eigentlich so unendlich cool? Das geht natürlich runter wie Butter. Ich kann es nur gerade nicht beantworten. Also das Leben hat mich einfach zu dem gemacht, wer ich heute bin. Hast du vor, irgendwann mal auszuwandern? Richtig auswandern kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist mal ein Jahr in Berlin zu leben und ich könnte mir auch vorstellen, ein Jahr in New York zu leben. Ich hätte da eine Frage. Darf ich dein Schnuffelhase sein? Ihr dürft alle mein Schnuffelhase sein. Ich habe so viel Platz noch für Schnuffelhasen. Also tut dich keinen Zwang an und tretet der Community bei. Wie geht es dir und deinen Hunden? Mir geht es gut, den Hunden geht es zum Glück auch gut. Doni hat jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten mit, also Adonis ist Doni, hat so ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem Gehapparat. Aber gut, die sind jetzt auch bald elf Jahre alt. Was soll man da machen? Wir haben vor zur Physio zu gehen, vielleicht wird das ein bisschen helfen. Haben deine hetero Freunde mal was Falsches zu dir gesagt und wie bist du damit umgegangen? Das ist ein wundes Thema so ein bisschen und ich habe vor, da etwas wieder gut zu machen. Ich hatte tatsächlich eine Hetero-Klicke. Drei Jungs plus ich, vier Jungs, die alle aus der gleichen Stadt in Serbien kommen und wir hatten eine wunderwundervolle Zeit. Irgendwann haben diese Jungs den Braten so ein bisschen gerochen und haben hinter meinem Rücken mit anderen Leuten darüber geredet, dass ich schwul sein könnte. Und ich habe mich damals derbe Hintergang gefühlt und habe dann einfach den Kontakt zu denen abgebrochen. Und der ist bis heute auch nicht wiederhergestellt. Das ist jetzt, weiß nicht, acht Jahre oder so her. Aber ich glaube, mittlerweile wäre ich in der Lage, mich mit ihnen zu treffen und ganz offen darüber zu reden. Warum bist du so witzig? Ich liebe deine Videos. Kann ich dir ja nicht sagen. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal Sex mit einer Frau zu haben? Tatsächlich könnte ich mir das vorstellen. Ich habe das auch in diesem Video mal gesagt. Ich wüsste nur nicht, in welchem Rahmen ich das mache. Weil eine Frau zu daten, fände ich irgendwie komisch, weil ich nicht wollen würde, dass sich irgendjemand irgendwelche Hoffnungen macht und dann verletzt wird. Auf eine Frau zuzugehen, um zu sagen, hey, ich bin schwul, darf ich den Nacho mal reindippen, finde ich auch irgendwie komisch. Und zu einer Prostituierten zu gehen, finde ich auch komisch. Also ich weiß gerade nicht, wie. Wie lange hast du deine Möpse schon? Von Anfang an, die waren zwölf Wochen alt, als ich sie mir geholt habe. Interessierst du dich für Astrologie? Was ist dein Aszendent? Ich bin so Wannabe-Astrologe. Ich frage immer im ersten Gespräch, was bist du für ein Sternzeichen? Und ich meine aber nur etwas zum Fisch, zum Stier und zum Löwen zu wissen. Und zum Skorpion, weil das immer Menschen sind, die so in meiner Umgebung sind, von denen ich meine, dass sie diese Sternzeichen verkörpern. Aszendent ist bei mir Jungfrau? Oh mein Gott. Nein, ich interessiere mich nicht für Astrologie. Wann kommt die Bilderwand mit deinen Fans? Ist in the Making. Ich habe jetzt ein paar neue Möbel gekauft, habe einen Schreibtisch mittlerweile. Jetzt müssen noch die Wände gestrichen werden. Der Urlaub wird gemacht. Und dann langsam kommt die Wand. Ich habe schon eine richtig geile Idee, wie ich das Ganze machen werde. Ein bisschen Geduld wünsche ich mir von euch. Okay? Machst du weitere Reaktionen mit Manfred? Feier euch beide sehr. Ja, da sind auf jeden Fall noch Reaktionen geplant. Wir treffen uns morgen, um Take Me Out Boys 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 die zweite Folge zu drehen. Und wir haben auch noch vor, sein First Dates Date und mein First Dates Date zusammen zu kommentieren. Wie sehr liebst du uns, deine Schnuffelhasen? Ich liebe euch unendlich. Ich bin für jeden Einzelnen von euch dankbar. Ich freue mich jedes Mal über eure Kommentare, über eure Nachrichten auf Insta. Also ich kann diese Liebe zu dieser Community gar nicht in Worte fassen. Du hast erwähnt, du schläfst seit neuestem mit Oropax. Ich auch. Warum? Weil meine Hunde schnarchen. Die schnarchen einfach zu laut. Und ich habe entdeckt für mich, dass ich mit Oropax einfach wundervoll schlafe. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Das ist meine Schwester. Wir haben uns ein paar Monate nicht gesehen, weil wir so eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten. Und beide zu sehr in unserem Ego waren. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen, ausgesprochen. Und darüber bin ich sehr, 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 sehr glücklich. Weil ich einfach merke, wie ähnlich wir uns sind. Und wie viel uns verbindet. Und ich bin einfach überglücklich, eine Schwester zu haben. Was ist die witzigste Sache, die deine Möpse je gemacht haben? Adonis war mal ein Taschenhund. Und zwar habe ich drei Jahre mit denen in Frankfurt gewohnt. Wir haben in so einer Schickimicki-Gegend gewohnt. Und es gab dort immer ein Hundetreffen. Und dort waren immer ganz, ganz viele Frauen mit Louis Vuitton-Täschchen. Und Doni ist immer rumgegangen, während ich mit denen genetzwerkt habe. Mit denen gequatscht habe. Und hat einfach in jede Tasche reingepinkelt. Das war immer sehr, sehr unangenehm. Aber irgendwie auch lustig im Nachgang. Bei welchem Celebrity würdest du am liebsten den Nacho reindippen? Egal, ob er eine Hete oder Gay ist. Tatsächlich bei Jack Fellerie. Das ist dieser Herr hier. Der hat bei How to get away with murder mitgespielt. Der hatte dort auch eine Homorolle. Und ich war hin und weg von dem. Ich folge dem heute noch auf Instagram. Und immer wenn ich ein Bild sehe, bin ich einfach wet. Nein, bin ich einfach weg. Weg ist besser, ne? Und der 365-Tage-Darsteller. Oh mein Gott, dem folge ich auch. Und dem finde ich auch super, super heiß. Wie gehst du mit schlechten Gedanken um? Früher habe ich, wenn ich schlechte Gedanken hatte, super, super crazy Musik gehört. Beyoncé, keine Ahnung, super crazy, ne? Aber einfach so schnelle Musik gehört. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich traurig bin, schlechte Gedanken habe, dass ich mir Balladensongs anmache und heule. Und dann ist es besser. Das hat meine Freundin geraten. Einfach bei trauriger Stimmung die Trauer zuzulassen, sie zu fühlen. Und dann geht sie weg. Wann geht Love Island weiter? Love Island wird demnächst weitergehen. Sommerhaus der Stars ist ja jetzt endlich durch. Jetzt gibt es nur noch Temptation Island VIP. Bachelor in Paradise. Es kommt beides jeweils einmal die Woche. Das ist gut. Und dann wird es auch Zeit geben für Love Island und für die Bachelorette, weil ich ja fünfmal die Woche ein Video drehe. Was war mit dem TV-Projekt, was du abgebrochen hast, weil es dir nicht gefallen hat? Das ist tatsächlich Let's Love. Let's Love hätte ja fünf Tage gehen können. Aber ich habe mich nach der ersten Nacht entschieden, das weiter zu suchen, nach Hause zu gehen. Dazu gibt es dieses Video und es gibt auch noch den zweiten Teil dazu. Da könnt ihr einmal sehen, was so passiert ist. Würdest du auch mal mit einem Follower eine YouTube-Folge drehen? Würde ich auf jeden Fall machen. Der schlimmste Job, den du je gemacht hast? Der schlimmste Job, den ich je gemacht habe, war in einer Gay-Bar zu arbeiten. Ich habe mir immer gewünscht, mal in einer Gay-Bar zu arbeiten, an einem Gay-Ort. Und dann habe ich dort eben gearbeitet. Die ersten drei, vier Nächte war das in der Garderobe. Das war so der unerfüllendste Job, den ich jemals gemacht habe. Und dann habe ich auch noch ein paar Mal an der Bar gearbeitet, aber ich mutierte dort zum Außenseiter. Da gab es zum Beispiel einige Pärchen. Und dann dachte ich immer so, oh süß, ihr seid Pärchen, ihr arbeitet am gleichen Arbeitsort. Und dann kam einer von beiden auf mich zu, hat meine Finger in die Hand genommen und meinte, du hast bestimmt voll im Größen Dödel. Hast du Bock nach der Schicht mit mir zu schlafen? Und ich so, hey, du bist doch mit dem vergeben. Also ihr seid doch zusammen. Und dann sehen wir, das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Und dafür bin ich, glaube ich, einfach zu konservativ. Und also Beziehung ist für mich einfach Beziehung. Und das hat einfach gar nicht gepasst. Und da habe ich dann auch nach zwei Monaten das Weite gesucht. Und dann waren die sauer. Wann ist der Moment definitiv gekommen, um bei einem Date abzubrechen? Also, bei einem Date abzubrechen, da ist der richtige Moment auf jeden Fall, wenn dein Gegenüber versucht, dich niederzumachen, um sich besser zu fühlen selber. Da habe ich hier auch ein Video zugedreht. Da hat mal ein netter Herr gesagt, mein Gesicht sei fett geworden. Und das hat er fünfmal gesagt. Und dann bin ich einfach gegangen. Was antwortest du auf die Frage, was suchst du hier auf einer Dating-Plattform? Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, ich bin offen für alles. Dann haben die meisten nicht mehr geantwortet. Dann habe ich das meiner psychologieaffinen Freundin mal erzählt. Habe mich ausgeheult. Dann habe ich gesagt, ey, die antworten alle nicht mehr. Und dann meinte sie halt so, ja, weil du weder noch bist. Also, wenn du nach Spaß suchst, sag, du suchst Fun. Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, dann sag, du suchst das. Dann wissen sie, woran sie sind. Aber so offen für alles zu sein, ist halt immer schlecht. Deswegen, je nachdem, was ich gerade suche, das antworte ich. Meistens suche ich dort tatsächlich Fun. Und dann sage ich, ich suche Fun. Und dann kriege ich Fun. Wie stehst du zu Extremsport an? Schon mal was ausprobiert. Da stehe ich gar nicht zu. Dazu bin ich viel zu großer Schisser. Ja, nachdem ich mir jetzt auch noch das Knie gebrochen habe, weil ich selbst zum Fahrradfahren ein bisschen zu doof war, stehe ich da gar nicht offen zu. Lieblingsbar in der Schanze ist die Transmontaner Bar. Da habe ich selber mal gearbeitet. Die haben so Bänke draußen, da kannst du wundervoll portugiesisch frühstücken, die Sonne genießen. Das ist für mich so der Inbegriff von Schanze. Das Ding ist immer voll. Wie gehen die Leute in deiner Umgebung damit um, dass du so viel Preis gibst? Zum Beispiel Ex-Freund Plus. Tatsächlich habe ich nochmal mit ihm darüber geredet. Ich habe ja dieses Video gedreht zu unserem Beziehungs-Aus. und er selber kann damit gar nichts anfangen, weil er selber niemals über so etwas öffentlich reden würde. Aber er akzeptiert, dass ich es tue und hat halt einfach nur gesagt, ja, du hast dich zum Glück nicht strafbar gemacht, weil du meinen Namen nicht genannt hast und kein Foto gezeigt hast. Ja, das ist mir aber mittlerweile auch egal, wie Leute dazu stehen, weil ich sehe es als meinen Beruf. Ich habe mich dazu entschieden, meine persönlichen Dinge mit preiszugeben und solange ich nicht deren Namen sage, finde ich, das Ganze ist im grünen Bereich. So, jetzt sind wir auch mit diesem Video am Ende. Ich hoffe, euch hat dieses Q&A gefallen und ihr habt mich Sachen anstellt. Tschüss, tschüss.